Ich leite eine Jugendgruppe, da ich eben diese Unterstützung, die ich selber erhalten habe, die möchte ich halt aktiv wirklich weitergeben und möchte deshalb dazu beitragen, dass diese Jugendgruppe auf jeden Fall bestehen bleibt. Weil es nicht jeder in seinem Leben einfach hat und die Alltragsprobleme da einfach mal beiseite kommen können. Weil ich das, was mir sozusagen früher gegeben wurde, anderen geben möchte. Ich leite eine Jugendgruppe, um einfach im Ort eine Plattform den ganzen lesbischen, bisexuellen Frauen zu bieten, weil ich es mir gewünscht hätte, damals es gehabt zu haben. Ja, ich arbeite dort Ehrenamt, ich habe dort erst mal ein Praktikum gemacht von fünf Monaten und für mich war direkt klar, dass ich dort bleiben möchte, weil mir die Arbeit mit den Jugendlichen so viel Spaß gemacht hat und ich wollte gar nicht mehr davon weg und will auch eigentlich nicht davon weg. Also mir ist es sehr wichtig, auch das wieder den Jugendlichen zurückzugeben, wie es mir auch geholfen hat, aus mir herauszukommen und deswegen ist mir auch ganz wichtig, das wieder zurückzugeben. Der Begriff queer bedeutet für mich, anders zu sein, aber nicht nach der Heteronorm zu leben. Das ist mir auch geholfen. Das ist mir auch geholfen. Ich wünsche euch jetzt eine Minute. Bis zum nächsten Mal.